Willkommen zurück. Am heutigen Tag hat Ministerpräsidentin Jin in Yurifera an das Ende des Locust-Krieges vor genau 25 Jahren erinnert. Heute werden wir geehrt durch die Anwesenheit zweier Generationen von Männern und Frauen, die jeder Gefahr getrotzt haben. Die Schlachten bestritten haben, die uns heute ausmachen. Darunter auch der wohl wichtigste Einsatz der Pendulum-Kriege. Ash for Fear. Santiago! Ich spare mir die motivierende Ansprache, Private. Sie wissen, was zu tun ist. Ja, Sir. Dann los, nehmen wir es an. Wir schalten Ihre Türme aus, behindern Ihre Kommunikation und überfallen das Labor. Die Führung will den Hammer. Dann soll sie ihn auch bekommen. Alles klar. Dann los. Bewegung, Gears. Wir haben nur einen Versuch, um die Pläne da rauszuholen. Sobald wir die Funktürme ausgeschaltet haben, ist Ihre Basis abgeschnitten. Ja, Sir. Wir sind Indies. Da oben, knallt sie ab. Blättergranate! Guter Schuss! Erledigt sie, schnell! So, bereit! Perfekt! Gut gemacht, Soldat! Mach weiter, der Turm ist da vorn! Weg! 매ustre Schuss! So, auf der Seite! Das ist die Frösse. Ist zugänglich, was siehle? Verdammt, sie haben sich verschanzt. Versuch sie zu flankieren. Wieder ein Indy weniger. Oh ja! Los, flakiert sie! Macht weiter, der Turm ist da vorn! Das ist für mich. Komm schon. Okay, platziert die Ladung am Turm. Ladung platziert. Kleiner Streichholz entzündet. Verstanden. Wir zünden unser Streichholz an in 3, 2, 1. Diese Basis ist jetzt auf, leckt und doppelt. Und vergessen Sie die Sache mit den dämlichen Codenamen Santiago. Wir sehen uns im Labor. Äh, ja, Sir. Das Labor ist hinter diesem Sicherheitstor. Vorwärts! MG-Nester! Wir teilen uns auf. Ihr zwei geht nach links. Sie haben uns in Deckung! Ich bin nicht im Zen. Wege die damit, die Masi passiert. Wir closer uns auf! Wir kennen uns auf. Hey, der Mädchen zählt auf uns! Los, runter! Schmeiß ne Granate rein! Werf ne Granate! Gut, jetzt durch diese Tür da! Und entschuldigt die Unordnung. Geht auf! Geht auf! Geht auf! Geht auf! Ihr zwei, ihr habt die Sicherheitscodes. Überbrückt das Tor. Und damit geht dieser Überfall offiziell los. Bewegung! Okay, ihr wisst, wie es läuft. Die Wachen eliminieren, ins Labor gelangen, die Pläne holen, dann nichts wie raus. Was macht dieser Hammer der Morgenröte? Er gewinnt den Krieg. Wenn wir unsere Arbeit machen, werden alle Systeme gelöscht und die Indie-Forscher erhalten ein wirklich einmaliges Angebot. Okay, sind drin, dann los! Da ist das Labor! Holt sie euch! Eröffnet das Feuer! Holt sie zurück! Okay, wir sind drin! Stoßen wir zum Major! Na los! Der Nächte, bitte! Schön, dass Sie noch leben! Private! Ebenso, Major! Eliminieren Sie diese Indies, damit wir die Fahrzeuge hinterher sprechen können! Ja, Sir! Indies! Wir schauen von dem Wort! Hab ihn! - Kein Angriff! Halten! Noch zwei! Weiter so! Der Borg ist sicher, Major! Das war nötig! Das Rabor wird uns nicht hineinbitten, Gears! Aus dem Weg, Private! Diese Indie-Wissenschaftler sind uns wohl nicht gerade freundlich gesteppt! Bruce! Sei so nett und öffne diese Tür! Gears, hergehört! Sind wir in zehn Minuten nicht raus, brech die Mission ab und verschwinde! Okay, Santiago, treffen wir unsere neuen Freunde! Ich bin direkt hinter Ihnen, Major! Indies, linke Seite! Halte Sie zurück! Backfall! Sie kommen auf der rechten Seite rein! Position 1! Gehe in die sticke Seite! Hälte Sie von der Warfare! So, bereit! Gears, wir haben die Pläne des Hammers! Wir kommen an die Oberfläche! Wir kommen an die Oberfläche! Ja, zieh nicht durch! Verstraft den Moment! Blumen! 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 Zentrale! Paket ist gesichert! Cleaner, für Marlin, Abzug zum Strandvorrücken. Was war das? Auf zum Strand! Los, los, los! Los! Nichts wie raus hier! Lauft weiter! Das Mund ist direkt da vorn! Vorwärts! Kommt nichts! Nee, nichts mehr! Als mutige Vortruppen die Pläne der UR für den Hammer der Morgenröte erbeuteten, sicherten wir das überlebte und größte Konflikt, der unsere Welt je erschütterte. Aber schon zwei Jahre später kamen neue Schrecken. Ein neuer Gegner. Ein neuer Krieg. Zentrale Achtung! Leitet den Konvoi des Körnels um! Tut mir leid, Corporal. Wir sind fast da. Negativ, negativ, Zentrale. Das Haus der Souveräne ist Sperrgebiet. Corporal Kim, die ganze Stadt ist Sperrgebiet. Verstanden, Zentrale. Auf geht's, Kiers. Wir müssen los, um Colonel Hoffmans Konvoi zu beschützen. Corporal, stehen unter Beschuss. Bin fast da, Zentrale. Scheiße! Das ist der Konvoi! Vorsicht, Vorsicht! Noch mehr von den verfluchten Gingern! Was ist heute richtig überhaupt los? Komm schon, wir schaffen das! Wieser! Aufrücken! Hilf dem, Colonel! Die Hölle ist das! Was ist voll eröffnet? Meine Waffe bringt nichts! Waffen können gegen dieses Ding nichts ausrichten. Wir brauchen etwas Größeres! Corporal, da ist ein Hammer der Wurmkruge im Bett! Bin dran! Soldat, sichern Sie den Hammer! Wir haben den Hammer! Satelliten bereit! Hilf sie dieses verfluchte Mistrieg! Verflucht, meine Hand, den Hammer! Es zieht sich zurück! Gute Arbeit, Soldat! Mehr von den verfluchten Dingern! Wenn nicht entschiegt! Mist in die Tee! Scheiße! Es ist zurück! Dann kriegen Sie es noch mal! Es ist zurück! Nein! Es ist zurück! Nein! dersdiколь Richards, Sie whacken! Was zur Hölle sind das für Dinger? Wie heißen Sie, Corporal? Kim, Sir. Lieutenant Stroud und ich brauchen eine Eskorte. Gratulation. Sie sind der Glückliche. Äh, Colonel, wir müssen da rein. Jetzt. Ich hab den Code für die Tür, Colonel. Wie schön für Sie, Söhnchen. Sichern Sie die Treppe mit dem Hammer. Ich bin sofort zurück. Oh Mann, das ist übel. Ihr habt den Corporal gehört. Lasst sie bloß nicht rein. Sie kommen direkt auf uns zu. Setz den Hammer ein. Oh Scheiße. Vorsicht. Treibt Sie zurück. Treibt Sie zurück. Sie brauchen Verstärkung. Verflucht noch mal. So wird das nicht. Könnt weiter. Das ist Wahnsinn. Lass sie nicht in die Nähe der Tür. Verflucht noch mal. Verflucht noch mal. Verstanden! Sieht nicht groß aus! Der Nächte! Oh ja! Oh Scheiße! Was ist das? Den kümmern dann! Dreht das Ding! Hälfte hoch! Hoch mit ihr! Ich hab den Scheiße rückgemacht! Oh, das war genau auf die Hölle! Vollkontakt! Gears, tut mir leid, aber der Hammer der Morgenröte ist offline. Bei Anbruch der Nacht waren bereits Hunderttausende tot. Der Tag der Ankunft trug seinen Namen zurecht. Wie viele von euch war ich damals noch ein Kind. Es war eine dunkle, furchtbare Zeit. Und unser Sieg war keinesfalls ein sicherer.